Liebe Rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwalt-Magister Gerold Beneder. Wir haben heute den 2.3.2022. Das Impfpflichtgesetz ist leider immer noch da. Die Impfpflichtverordnung ist leider immer noch da. Und der 15.3. tritt heran. Ich wollte Ihnen daher sagen, was ich Ihnen anbieten kann, wenn Sie mit einem Verwaltungsstrafverfahren konfrontiert sind. Ich bespreche jetzt für mich, Rechtsanwalt-Magister Beneder und für die Rechtsanwalt GmbH. Es kann sein, dass ab 15.3. Sie konfrontiert sind mit einem Verwaltungsstrafverfahren. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer 1 ist, Sie nehmen sich ein Muster, zum Beispiel für einen Einspruch. Die wird es demnächst geben, zum Beispiel auf der Homepage der Rechtsanwälte für Grundrechte. Sie adaptieren dieses Muster und arbeiten mit diesem Muster. Es wird wahrscheinlich mehrere Schriftsätze geben, verschiedene Varianten. Und Sie nehmen sich, was etwas daraus passt und versuchen, damit zurechtzukommen. Die Variante Nummer 2 ist, Sie stellen einen Verfahrenshilfeantrag. Da müssen Sie ein Formular ausfüllen, darlegen, dass Sie sich keinen Anwalt leisten können. Und dann kann es sein, dass die Behörde oder das Gericht Ihren Verfahrenshilfe zur Seite stellt. Wie gesagt, es ist ein bisschen mühsam. Man muss Formulare ausfüllen, man muss mehr oder weniger mittellos sein. Oder durch ein Verfahren wird das Existenzminimum beeinträchtigt. Also, wie gesagt, wenn man sich keinen Anwalt leisten kann, kann man Verfahrenshilfeantrag stellen. Und die dritte Variante, das ist die Variante, über die ich jetzt primär sprechen wolle. Also, wenn Sie sich einen gewählten Anwalt nehmen, dann kann ich Ihnen folgende Konditionen anbieten. Und zwar für das Verfahren erster Instanz. Da wird wahrscheinlich zu machen sein, einmal ein Einspruch binnen 14 Tagen, ein Fundierter, mit Informationen, vielleicht mit Unterlagen. Wahrscheinlich kommt dann noch eine Aufforderung zu einer speziellen Rechtfertigung von der Behörde. Und dieses Verfahren erster Instanz betreffend Verwaltungsstrafverfahren kann ich Ihnen pauschalieren um 600 Euro inklusive Umsatzsteuer. Wenn das zum Erfolg führt, ist das Verfahren vorbei. Wenn das nicht zum Erfolg führt, gibt es das Verfahren zweiter Instanz beim Landesverwaltungsgericht. Da wird zu machen sein, eine Beschwerde binnen vier Wochen. Also, vielleicht gibt es auch noch ein paar Gänzungen oder Schriftsätze, die zu machen sind. Das kann ich Ihnen ebenfalls pauschalieren mit 600 Euro inklusive Umsatzsteuer. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass in diesen Verwaltungsverfahren auch eine mündliche Verhandlung stattfindet. Also, wenn das der Fall sein sollte, erhöhen sich die Kosten um 600 Euro. Also, auf insgesamt 1200 Euro inklusive Umsatzsteuer. Wie gesagt, ich sammle seit rund eineinhalb Jahren Unterlagen betreffend Gentherapie, Impfung. Also, da wird sicherlich irgendwas dabei sein, was Ihnen sowohl im Verfahren erste Instanz als auch zweite Instanz allenfalls zum Vorteil gereicht. Wenn das zum Erfolg führt, wird der Beschwerde stattgegeben, das Verfahren ist vorbei. Wenn nicht, gibt es dann noch die dritte Instanz, und zwar den Verfassungsgerichtshof, der binnen sechs Wochen anzurufen ist. Da ist ein komplizierter Schriftstats. Gerichtsgebühr fällt an von 240 Euro. Also, wenn man dann zum Verfassungsgerichtshof will, kostet das 2240 Euro. Wie gesagt, 2000 Euro Anwaltshonorar und 240 Euro Gerichtsgebühren. Und es gibt auch noch die Möglichkeit des Verwaltungsgerichtshofes, wenn der angerufen werden soll, mittels ordentlicher oder ausländlicher Revision, kostet das 1240 Euro. 240 Euro Gerichtsgebühren und 1000 Euro Anwaltshonorar. Das, wie gesagt, das sind die Sätze, die ich Ihnen pauschal anbieten kann. Alle diese Beträge, die Sie gehört haben, liegen sicherlich unter dem Rechtsanwaltstarif, sind eben, wie gesagt, Pauschalen, hat den Vorteil. Sie können sich darauf einstellen, was es kostet. Und, wie gesagt, Sie können sich entscheiden, entweder mit Mustern zu arbeiten oder einen Verfahrenshilfeantrag zu stellen, insbesondere dann beim Landesverwaltungsgericht oder beim Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof. Oder Sie gönnen sich einen gewählten Anwalt und die Konditionen, die ich jetzt gesagt habe, das ist das, was es eben bei mir kostet. Wahrscheinlich 600 Euro Verfahren erstinstanz, weil es da keine Gerichtsverhandlung gibt. Und in der zweiten Instanz wahrscheinlich 1200 Euro, weil da gibt es eine Beschwerde um eine Gerichtsverhandlung. Da ist ja der Aufwand entsprechend größer, Verfassungsgerichtshof 2240 und Verwaltungsgerichtshof 1040. Wie gesagt, das ist das Angebot. Ich hoffe nicht, dass es schlagend wird, dass es Sie trifft, dass Sie sich mit einem Verwaltungsstrafverfahren herumschlagen müssen. Aber wenn es doch passiert, wissen Sie, was auf Sie zukommt, wenn Sie sich einen Anwalt, nämlich meine Kanzlei, gönnen wollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, eine tolle Woche und bis bald.